Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Sternenöl. Manchmal wird ein Geschenk für eine Person gesucht, die eine Passion fürs Kochen hat. Ein nettes Mitbringsel wäre doch dieses Sternenöl. Für 300 werden folgende Zutaten benötigt. 3 Sternanis, 1-2 Zimtstangen, 5 Kardamomkapseln, 4 getrocknete Chilischoten, 3 Gewürznelken, orangefarbene Ringelblumenblüte, 350 ml kaltgepresstes Rapsöl. Folgende Utensilien werden benötigt. Saubere Flasche mit Verschluss mit besonders schöner, ansprechender Form. Trichter, Messbecher. Zubereitung Sternanis, Zimtstange, Kardamom, Chilischoten und die Ringelblumenblüte in die Flasche geben. Rapsöl hineingießen, die Flasche leicht schwenken und dicht verschließen. Noch einige Tipps Zwischen der Herstellung und dem ersten Genuss des Würzels soll genug Zeit liegen, damit die Aromen der Gewürze sich vollständig entfalten können. Wer dieses Sternenöl verschenken möchte, sollte es wenigstens 1-2 Wochen vorher zubereitet haben. Die Blüte kann auch weggelassen werden. Sie ist für den Geschmack nicht essentiell, gibt dem Sternenöl jedoch eine intensivere Farbe und es sieht dadurch besonders hübsch aus. Haltbarkeit Dieses Würzöl hält sich gut 2-4 Monate an einem kühlend dunklen Ort. Diese Varianten gibt es. Weitere leckere Würzöle Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal zum nächsten Mal